Hi, in diesem Video zeige ich euch, was für Filme- und Fotoequipment ich mit auf meinen Neuseeland-Trip nehme. Viel Spaß mit dem Video! Erstmal vorneweg, sorry, dass ich eine Sonnenbrille trage, aber es ist so extrem hell hier. Vor mir ist so eine weiße Wand und die Sonne blendet ganz schön. Und ja, auch sorry, dass die Belichtung vielleicht nicht ganz so perfekt ist hier. Es ist einfach sehr, sehr hell hier. Aber ich fand den Tisch ganz cool, deshalb habe ich jetzt hier die Location ausgewählt. Ja, am 6.6. geht es los nach Neuseeland. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt in Videos. Und es wird mega cool, ich werde ganz schön viel filmen. Ich habe zwei kleine Videoproduktionen dort, also auftragsmäßig. Und der Rest wird dann entspannt, also ich bin insgesamt 30 Tage dort. Ich nehme entsprechend auch eine ganze Menge mit. Eigentlich zu viel, würde man jetzt sagen, für so typische Reisevideos. Aber da ich noch so ein paar andere Sachen hier vorhabe in Neuseeland, ist es jetzt ein bisschen mehr an Equipment geworden. Ich fange erstmal an mit dem Equipment, was man jetzt nicht direkt sieht. Und zwar ist das die Sony A7S, mit der filme ich jetzt hier gerade. Zusammen mit dem Canon 24-70mm F4 ISL USM und dem Rode VideoMic Pro. Ich glaube, man sieht es auch hier vorne so ein bisschen im Bild drin. Das ist also mein Standard-YouTube-Equipment. Außerdem nehme ich noch hier das kleine 50mm 1.4 Minolta MD-Objektiv mit. Ich habe mich jetzt gegen das Valimax 35mm entschieden, einfach weil mir das viel zu groß ist zum Reisen. Und hier mit dem 50mm Objektiv habe ich eine ähnliche Bildqualität. Nicht ganz so gut wie mit dem Valimax. Aber ich habe halt eben deutlich weniger Gewicht mitzuschleppen. Außerdem nehme ich noch das Valimax 14mm Objektiv mit. Das ist halt so ein Ultraweitwinkel. Ich glaube, da muss ich nicht viel sagen. Für Neuseeland sollte das perfekt sein. Also für Landschaften und so weiter. Da wollte ich auf jeden Fall hier nicht drauf verzichten. Ist jetzt auch nicht so ein kleines Objektiv. Aber wie gesagt, ich wollte nicht drauf verzichten. Ich denke, mit diesen drei Objektiven, also mit dem Canon 24-70mm, mit dem 50mm Objektiv hier für Porträts zum Beispiel. Und dem 14mm bin ich, glaube ich, ganz gut aufgestellt, was Objektive angeht. Ich glaube, den Batteriegriff lasse ich zu Hause. Den brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Dafür nehme ich dann nochmal ein paar Akkus mit. Ich glaube, vier Akkus oder so nehme ich dann so mit. Und auf den Batteriegriff kann ich, wie gesagt, auch verzichten. Außerdem nehme ich natürlich noch das MacBook mit. Das ist das MacBook mit Touchbar in 15 Zoll in der besten Version. Aber nicht weiter aufgerüstet. Also die Version, die irgendwie, ich glaube, 3.300 Euro gekostet hat. Ich bin ziemlich zufrieden damit. Aber es haut mich jetzt nicht so vom Hocker, muss ich sagen. Es gibt immer so ein paar kleine Bugs. Die Touchbar ist jetzt bei mir auch so ein paar Mal ausgefallen. Allerdings nicht so extrem, wie bei Felix war. Sondern bei mir ging es dann wieder weg, wenn ich das MacBook zugeklappt habe, wieder aufgeklappt habe. Dann der Touch-ID-Sensor, der ist manchmal ausgefallen. Also irgendwie, es gibt immer so Kleinigkeiten, die nicht passen. Bei einem 3.000 Euro Gerät darf das nicht sein. Deshalb, ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden. Aber es erfüllt seinen Zweck. Ich bin mobil damit. Das Videoschneiden funktioniert flüssig und so weiter. Also im Großen und Ganzen kann ich das schon empfehlen. Dann werde ich hier noch die DJI Mavic Pro mitnehmen. Mir wurde jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass es in Neuseeland nicht so einfach ist, Drohne zu fliegen. Man braucht eine Aufstiegsgenehmigung. Die werde ich mir auf jeden Fall holen. Denn für die kommerziellen Projekte dort brauche ich das einfach. Ich glaube, es ist nicht unmöglich. Ich muss mich da nochmal so ein bisschen informieren. Im Zweifelsfall wird auch ein bisschen was gezahlt. Ich glaube, in Nationalparks muss man ein bisschen was zahlen für die Aufstiegsgenehmigung. Aber das ist dann auch in Ordnung. Also es ist nicht so cool, nicht so einfach wie jetzt hier in Deutschland mit den neuen Drohnengesetzen. Aber nicht unmöglich. Also die nehme ich mit. Die ist extrem klein. Ich bin echt begeistert. Bildqualität ist natürlich nicht die allerbeste. Das habe ich auch schon in einem anderen Video gesagt. Aber mir war einfach die Mobilität wichtig. Ich wollte einfach nicht die große Phantom mitnehmen. Das wäre mir einfach zu groß gewesen. Da wäre dann das halbe Gepäck schon weg gewesen von der Kapazität her. Und die Mavic, ich glaube, man muss nicht viel weiter sagen. Die ist einfach perfekt zum Reisen. ND-Filter nehme ich natürlich auch noch mit. Das ist der Rotenstock Mario ND-Filter. Den habe ich schon seit, ich glaube, 3-4 Jahren. Muss ich nicht viel sagen. Ist ein guter ND-Filter. Relativ teuer. Aber ich habe bisher keine Probleme damit gehabt. Dann kommen wir mal zu dieser Konstruktion. Hier erstmal hier oben drauf ist die Sony X100 Mark V. Die nehme ich natürlich auch mit. Die ist perfekt zum Vloggen für mich. Und für Weitwinkel-Shots ist die super. Die ist zum Reisen perfekt, weil die eben winzig ist. Nehme ich halt auch noch zusätzlich zur A7S mit. Und hier unten dran ist eben die Solid Loof Steadicam. Die wurde mir zugeschickt von der Firma Solid Loof. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich muss aber sagen, sie ist jetzt an keine weiteren Vorgaben gebunden. Ich habe sie einfach nur zum Testen zugeschickt bekommen. Die nehme ich nach Neuseeland mit. Und werde dann auf jeden Fall auch ein Review darüber produzieren. Das ist ein interessantes Ding. Über das Design lässt sich natürlich streiten. Ich finde es jetzt nicht ganz so schön. Aber es funktioniert gut. Das ist halt eben eine Steadicam. Funktioniert ohne Akkus, wie ihr wisst. Das ist komplett geräuschlos. Und das Coole ist, man braucht kein Vorwissen in Sachen Steadicams. Man stellt die einfach ein. Es gibt so verschiedene Gewichtskonstellationen für unterschiedliche Kameras. Und dann kann eben auch ein Anfänger dieses Steadicam hier bedienen. Mega cool, funktioniert gut. Ich bin bisher ziemlich begeistert. Wird eben in Neuseeland auch ausgiebig getestet. Da ich unterwegs auch so ein paar YouTube-Videos aufnehmen möchte, brauche ich auch ein Stativ. Und da wollte ich jetzt nicht mein Amazon Basics Videokamera-Stativ mitnehmen, mit dem ich jetzt hier gerade auch filme. Weil es irgendwie fast 5 Kilo wiegt. Ich glaube 4,5 Kilo wiegt es. Und da habe ich eben ein leichtes Reisestativ gesucht. Hier hat mir jetzt KNF Concept dieses Stativ hier zugeschickt. Auch wieder an keine Auflagen gebunden. Also ich werde nicht bezahlt, um das hier irgendwie die Kamera zu halten. Das will ich nochmal betonen. Das ist jetzt eben mein Reisestativ. Das wiegt irgendwie so 1,5 Kilo. Es wiegt also nur ein Drittel von meinem Amazon Basics Videokamera-Stativ. Super stabil. Hat ein paar viele Eigenschaften, die es noch mit sich bringt. Ist sehr, sehr klein. Ist glaube ich nur halb so groß, auch nur so ein Drittel so groß wie jetzt das Amazon Basics Videokamera-Stativ. Gefällt mir sehr gut. Ist stabil. Was soll ich mehr dazu sagen. Also es ist günstig. Kostet glaube ich 65 Euro. Und als Kamerarucksack, da wurde ich jetzt auch neulich mal gefragt, was für ein Kamerarucksack ich habe. Ich hatte vorher nie einen Kamerarucksack. Ich habe es einfach nie gebraucht. Jetzt für Neuseeland wollte ich einen dabei haben. Da hat mir KNF Concept auch diesen Rucksack hier zugeschickt. Ist auch so ein relativ günstiger Rucksack. Ich glaube 70 Euro kostet der. Ich fand den cool, weil der halt eben nicht so aussieht wie so ein typischer Kamerarucksack. Zum einen mag ich den einfach vom Design her nicht so. Ich finde den einfach nicht so schön. Und zum anderen hat es auch Sicherheitsgründe. Denn wenn man den Rucksack nicht ansieht, dass jetzt irgendwie 5000 Euro Kameraequipment drin liegen, hat es schon Vorteile, finde ich. Und ja, ich fände den vom Design her ganz cool. Es gibt leider so ein paar Sachen, die mich stören an dem Rucksack. Da komme ich dann im Review drauf zu sprechen. Also es wird hier auch ein Review drüber geben. Wie gesagt, der hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen wie jetzt das Stativ von der gleichen Firma. Das erfahrt ihr dann alles in dem Video. Ja, das war es schon an Sachen, die ich mit nach Neuseeland mitnehme. Es ist eine ganze Menge, wie ihr gesehen habt. Aber es muss leider alles mit, denn ich kann hier von dem, was jetzt hier liegt, auf nichts verzichten. Leider, ich brauche leider alles. Da muss ich halt ein bisschen schleppen, aber das macht nichts. Wir haben ja dort ein Auto und wir haben, glaube ich, bis zu 30 Kilo Gepäck pro Person, nehmen wir mit. Das heißt, das ist jetzt auch nicht so der Weltuntergang. Ja, ich hoffe, ihr fand das Video so ein bisschen interessant. Jetzt wisst ihr, was ich an Equipment mit nach Neuseeland mitnehme. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.